Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich mache es ein bisschen schneller und zwar habt ihr euch auch einmal ein MacBook Pro gekauft und wirklich sehr teures Geld, bei mir waren es fast 3000 Euro für meinen jetzigen und zwar geht es darum, beim Safari Browser Direct bin ich jetzt nach langem Suchen jetzt einmal drauf gekommen. Das Ganze geht nur mit 60 FPS und von Apple Direct wird es aber mit 120 Wiederholrate eben dargestellt. Das ist aber leider Gottes am Anfang sehr gedrosselt, eben runter auf 60, um das Ganze freizuschalten. Das will ich euch natürlich in diesem Video zeigen, also würde ich sagen nach dem kurzen Intro, ab geht's und viel Spaß. So, wir befinden uns jetzt in unserem Safari Browser Direct, weil dort wollen wir uns natürlich diese Sachen freistellen, die halt Apple ein bisschen reduziert hat. Wie machen wir das? Wie folgt, wir gehen einmal auf Safari, gehen einmal runter auf Einstellungen, hier einmal auf den Reiter rechts eben auf Erweiterte Einstellungen und jetzt habt ihr auf der Unterseite stehen Menüentwickler in der Menüleiste Anzeigen. Nur dann könnt ihr das Ganze freischalten. Also wir schließen das Ganze, gehen jetzt auf die Entwickleroptionen und runter unter Experimentelle Funktionen. Da haben wir die 60 FPS und um diesen Reiter geht es und deswegen drückt ihr einfach hier das Ganze Hackerl weg und schon seid ihr automatisch auf die 120, die halt eben Apple von Anfang versprochen hat, aber leider Gottes dann auch nicht durchgeführt hat. Das war's jetzt mit dem ganz kurzen Video. Ich hoffe, ich habe euch bei dieser Kleinigkeit etwas mehr geholfen, habe nicht viel um einen heißen Brei herum geredet. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt bitte einmal einen Like-Button, das würde mir helfen. Wenn es euch nicht gefallen hat, natürlich ein Dislike und vor allem auch bitte, bitte, bitte einen Kommentar darunter verfassen, wenn es euch gefallen hat oder halt eben nicht. Dann würde ich sagen, es war's jetzt mit dem kurzen Video. Ich sage wie immer, danke fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!